Oh Mann, ich hab echt lange nicht mehr so gelacht. Na mal, Sarah, findest du nicht auch, dass es ein bisschen zu heiß ist in diesem Raum? Wir müssen alles ein bisschen cooler machen. So, jetzt gefällt's mir mehr. Es ist doch mega kalt hier. Ich erfriere. Gib mal den Temperaturregler. Oh ja, jetzt geht's mir gut. Hey, machst du dich lustig über mich? Mir ist viel zu heiß. Gib mal her. Nein, das gehört mir. Gib das wieder zurück. Lass sofort gehen. Oh nein. Was haben wir angerichtet? Das Ding ist kaputt gegangen. Was sollen wir jetzt tun? Das sieht aus wie eine neue Challenge von Baradar. Lass uns herausfinden, wer als Erster anfängt. Schnick, schnack, schnuck. Ja, ich hab gewonnen. Also kann ich anfangen. Ich bin mir sicher, das wird das Leckeres sein. Äh, das war wohl ein Lutscher. Aber jetzt ist das flüssige Karamellmasse. Und was hast du bekommen? Werden wir gleich herausfinden. Oh wow, ich hab einen sehr schönen appetitlichen Lutscher. Ich glaub, den werd ich gleich essen. Oh nein, meine Zunge ist die Klippe fest. Viel zu kalt. Na, wenigstens kannst du ihn essen. Haha, es wird Zeit für einen kleinen Prank. Sieht aus wie eine echte Zunge, oder? Sarah, schau mal. Ich brauch Hilfe. Oh, Nicole, natürlich. Warte, ich werd dir helfen. Wir werden es gleich schaffen. Ach, der Prank hat funktioniert. Was? Was ist das denn? Ich hab dir die Zunge rausgerissen. Nein, gar nicht. Ich hab meine Zunge noch. Das war ein Prank. Ich bin drauf reingefallen. Okay, zurück zu meinem Lutscher. Moment, ich hab ne Idee. Ich nehm mir einfach einen Strohhalm. Und mach daraus Karamellblasen. Wow, sieht das cool aus. Mega lecker. Hey, kannst du mir auch was geben? Oh nein. Diesmal darf ich aber Erste sein. Deckel öffnen. Oh, Milka, das ist meine Lieblingsschokolade. Aber die Tafel ist irgendwie unförmig. Ich glaube, die Hitze hat die Schokolade in flüssige Schokolade verwandelt. Das war aber Pech gehabt. Moment mal. Ich hab eine Idee. Ich brauch eine Schüssel mit kaltem Wasser und Eis. Jetzt muss ich eine Ecke von der Schokolade abschneiden und einfach die Schokolade rausquetschen. Und schon wird sie hart. Schaut mal, ich hab ein kleines Schokoherz bekommen. Sieht ganz schön toll aus. Und vor allem schmeckt das lecker. Mh, yummy. Und was sitzt du herum? Mach dich an dein Essen. Oh Mann, mein Schokoriegel ist eingefroren. Da ist ja so viel Eis drüber. Hey, jetzt pußt er doch nicht in meine Richtung. Es ist mega blöd von dir. Tut mir leid. Ich wollte einfach das Eis loswerden. Mh, es wird Zeit, dass ich was probiere. Oh Mino. Ich kann einfach nichts abbeißen. Die Schokolade ist viel zu hart. Okay, ich muss mich beruhigen. Und kia. Na also. Jetzt kann ich die Schokolade endlich genießen. Lecker. Ich hab einen kleinen Schokololi bekommen. Oh yes. Diesmal haben wir beide Glück gehabt. Schau mal. Sieht aus wie ein kleines Kätzchen. Super. Oh wow. Es gibt Nudeln zum Mittag. Darf ich bitte anfangen? Aber natürlich. Oh nein. Meine Nudeln sind einfach gefroren. So werde ich sie definitiv nicht genießen können. Oh yes. Ich glaube, dann werde ich es tun müssen. Meine Nudeln sind so schön heiß und frisch gekocht. Ich freue mich schon drauf. Mh, wie super. Oh nein. Ich hab gar nicht erwartet, dass sie so scharf sein können. Jetzt pass doch auf. Meine armen Stäbchen. Moment, ich hab eine Idee. Kannst du mal schnell das Feuer auf meine Nudeln richten? Super. Jetzt hab ich auch ein herzhaftes Mittagessen. Mh, wie lecker. Das freut mich. Ups. War wohl lustig. Jetzt bin ich aber zuerst dran. Wow. Wow. Ich hab eine Pizza bekommen. Ich kann schon spüren, wie lecker die sein wird. Na dann, lass mal anfangen. Mh, die schmecken mega gut. Sarah, was willst du denn rum? Fang auch mit deiner Pizza an. Oh nein. Du hast eine heiße Pizza bekommen und meine ist tiefgefroren. Schau mal, die ist ja voller Eis. Wie soll ich die jetzt essen? Ich kann doch nicht immer was abbeißen. Oh Mann, egal was ich tue, nichts hilft. Weg damit. Aua. Ups. Nicole, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Was erlaubst du dir überhaupt mit deiner Pizza? Hey, warte mal. Du hast hier noch ein bisschen Salami. Lass uns diesmal die Deckel gemeinsam öffnen. Mal sehen, wie du überrascht sein wirst. Oh wow. Hey, Nicole, mach die Augen auf. Hey, du hast mich schon da erschrocken. Und was haben wir diesmal bekommen? Wow, das ist ja ein Starbucks-Getränk. Ich liebe das. Oh Mann, ich kann da meinen Strohhalm nicht reinstecken. Es kommt einfach nichts raus. Soll ich einfach dran lecken? Mh, das schmeckt mega lecker. Also werde ich das Ding einfach länger genießen können. Also ich mag sie auf die traditionelle Weise. Ah, mega heiß. Meine armen Finger, ich hab sie verbrannt. Hier, nimm meinen kalten Cocktail. Oh, vielen Dank. Das war ganz nett von dir. Jetzt ist eins aufgetaut. Na mal sehen, was uns diesmal erwartet. Ich glaube, das ist eine Waffel. Aber die ist so sehr mit Eis bedeckt, dass ich nichts sehen kann. Ist ja mega blöd. Und ich hab Glück gehabt. Meine Waffel ist schön heiß. Brauchst gar nicht in die Richtung zu schauen. Die gehört mir. Aua, die ist so heiß. Ich hab mich dran verbrannt. Gib mal schnell deine Hand her. Oh Sarah, gut, dass du mir geholfen hast. Aber deine Waffel wirst du trotzdem noch irgendwie essen müssen. Ich werd's wie eine echte Lady machen. Mit Messer und Gabel natürlich. Einfach ein Stückchen abschneiden. Und in den Mund stecken. Yummy. Schmeckt richtig lecker. Sarah, und wie wirst du deine Waffel essen? Wie? Ich hab keine Ahnung. Meine Zähne schaffen das einfach nicht. Das findest du lustig? Meine Zähne schaffen das nicht. Aber vielleicht kann ich sie ja kaputt kracken. Ich hab's fast geschafft. Einfach mal was abbeißen. Sarah, ich glaube, dir fehlt ein Zahn. Aber dafür war das lecker. Darf ich mal öffnen? Nein, auf keinen Fall. Das schaff ich selber. Oh wow, ich mag Chicken Nuggets. Au, 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 au. Die sind ganz schön heiß. Aber zumindest schmecken die so viel besser. Ich liebe es. Dann will ich mir doch gleich die Finger ablecken. Hey, worauf wartest du? Was soll das denn? Hab ich etwa eine Packung gefrorene Nuggets bekommen? Kann ich dir vielleicht helfen? Siehst du, das geht ganz einfach. Das war's auch schon. Und was soll ich jetzt damit anfangen? Ich danke dir zwar, aber muss ich jetzt auf den Dingern herumkauen? Ist ja voll blöd. Wartet mal. Ich hab doch ein Glätteisen. Damit werde ich meine Nuggets auch wärmen können. Wird zwar eine Weile dauern, aber es sollte klappen. Oh, es ist fertig. Nur endlich kann ich auch ein Chicken Nuggets Ding genießen. Schmeckt richtig super. Herzlichen Glückwunsch. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg uns am Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.